Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Together Battlefield 3 mit Mumpf! Mit Mumpf! Mit Mumpf! Ich hätte lange nicht mehr dabei gehabt. Ich hatte jetzt, wir haben, keine Ahnung, 10 Uhr oder sowas. Ja, viertel nach zehn und ich hatte jetzt noch Bock aufzunehmen. Und ich brauch da noch ein paar Parts und so weiter. Wir haben Osterferien, also ich hab Osterferien, du nicht. Nee, aber ich brauch da noch ein paar Parts und ich hatte wirklich Lust aufzunehmen. Aber nicht so viel, vielleicht ein, zwei Parts oder so. Komm schon, den krieg ich, den krieg ich nicht, natürlich. Warum auch? Ähm, ich hab mir jetzt Back-to-Karkhand geholt. Heißt, ich kann auch auf Back-to-Karkhand-Map spielen. Wir spielen hier gerade auf Wake Island, wir waren mitten im Match und das ist so eine spontane Aufnahme, aber gut. So, ich muss mal schnell den Ton runterschrauben, sonst würde ich behaupten, nichts zu sagen. Wer das braucht, ich glaub auch. Upschens, Audio, sonst hat man am Ende nur In-Game-Sound und nicht mich und das wär ja blöd. Stimmt, kann ich sagen. Weil, die wollen mich ja unbedingt nicht hören. Äh, wo müssen wir hin? Ja, anscheinend speichern, nein. Ich geh mal zu Böö. Zu Böö, wo ist denn Böö? Zu Böö, Böö, wie Bitch. Ach ja, und wenn Toko LP ausnahmsweise mal der besseren Score hat als ich. Erstens, ich bin seit zwei Minuten vielleicht im Server und zweitens, ich hab seit gestern wieder angefangen zu spielen. Dazu wird schon eine Pause von etwa zwei Wochen gemacht. Jaja, wer's glaubt. Jaja, wer's glaubt. Oh, Auto. Komm. Komm. Ja, geil. Ich renn. Geil. Nein, scheiße. Ey, geil. Ich renn grad. Der Gegner steht im Haus. Guck nach draußen, gell. Ich renn in die Tür rein, renn hinter den Gegner und messer den. So geil. Idiot. Idiot. Warte jetzt mal wieder. Äh, Ding wie er ist, äh, Pionier. Ne, schade. Er ist kaputt. Er ist kaputt. Hast du eigentlich schon die A91? A91 hab ich ja ewig. Ich weiß ja gar nicht mehr, was das für eine ist. Und, boah, leck mich am Arsch, ey. Ich muss das Fenster zumachen, ey. Wieso? Das redet mir sich ja Schwänzler ab. Und ich hab, ich hab zu Ostern Vorschussgeschenk quasi nochmal 8 GB RAM gekriegt. Das heißt, ich hab jetzt 16 unglaubliche GB in meinem PC drin. Ja, das ist bei euch eh billig. Ja, also ich hab den RAM beim Klassenkollege gekauft für 25 Euro. Nein! Oh Mann, so ein verfickter Sniper. Oh Mann! Bei uns kostet, ähm, 8 GB RAM etwa 90 Franken. Also keine Ahnung, wieviel Euro das sind. Ich auch nicht. Keine Ahnung. Ich könnte jetzt so nachschauen, aber... Näh. Näh. Wir sind jetzt am Zocken. Lass mal sticken. Äh, was geht denn mit der Steuerung ab von dem Chat? Spiel mit Tastatur, es geht besser. Ja, mach ich ja auch, aber irgendwie... So, ich geh lieber raus. Haha. Das denk ich mir auch immer. Ja, ich mein... Hä? Wieso hab ich jetzt Falschaden gekriegt? Obwohl, dass ich... Patch. Das kriegt man irgendwie immer. Der Patch ist irgendwie total scheiße, ganz ehrlich. Die Waffen sind total viel schlechter geworden. Das ist zwar gut, wenn ich mit Waffen geschossen werd, aber the fuck, ey. Wer beschießt mich da, mich in Ruhe lassen? Na, ich hab denen noch nichts getan, die ganzen Fickern. Ich nehm auch ein. Wuuu. Toll. Alter, ich hab ja von der KD erzählt. 10 zu 4, gell. Von 10 zu 4 jetzt auf 14. 14 zu 12. Ich bin schuld. Ja, du bist schuld. Verbreitst schlechtes Karma. Boah, man. Ich will fahren. Geweck. Ah. 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 Meno. Hab mir den Platz geklaut. Boah, ob das MG hier ist. Das ist schlecht. So, und Aros. Komm, 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 Messer, Messer, Messer. Jawohl, ich hab ihn gemessen. Zauber. Aber bist du überhaupt? Ich bin ausgestiegen. Ich bin rausgesprungen, um den Typ da zu messern, der mir links auf dem Radar... ...angezeigt wurde. Hä? Ah, das wirst du auch nicht tun. Mal gucken. Ich bin jetzt irgendwo bei B. Ha, Fahrzeug zerstört, da war niemand mehr drin. Wow. Ah, bist du da hin? Du bist auch bei B? Ja, ja, ich bin auch hier. Ich bin aus, wo etwas explodiert ist. Oh, ne, das ist ja wohl nicht euer Ernst jetzt mal. Ich hab das Fahrzeugkampf und vielleicht gemacht. Ach man, komm, fick den Bastard. Mach ihn fertig. Pass auf, der rennt grad auf dich zu, glaub ich. Mitten am Schlacht. Ah, er ist gestorben. Hast du ihn gekriegt? Jawohl. Oh, ja, Mann. Hast du recht auf uns gekriegt? Äh, nein, war zu spät. Oh, Auto. Auto, Auto, Auto. Verdammt. Die Weide. Oh. Oh, der Fuck. Ich hasse den Piloten. Ah, ich hab ähm... Am Freitag hab ich probiert, eben mit... ...Ding zu spielen mit Joystick. Oh, ja. Macht's nicht. Und noch einen Messern. Ey, schon drei Messer-Kills in der Runde. Komm, den muss ich die klauen. Ne, natürlich nicht. Bleib los, steh nicht, Messer dich gleich. Komm, Pitch. Komm, Pitch. Ich treff nicht. Hui. Scheiße. Ich geh ins Auto. So. Ich schapselte, wie viel da hinter mir ist. Bist du. Verdammt. Nein. Weg, 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 weg. Boah. Gut, ich will schießen. Hahaha. Ich hab probiert, dich zu töten. Hahaha. Ah, ja, okay. Nein, natürlich nicht. Ja, ja. Weil solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Hahaha. 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 Komm jetzt mal, Gegner. Woher seid ihr hier? Wird auf. Davon ist einer. Panzer. Wo? Da sind welche. Nein, ich hab nie mehr gefahren. So, ich drehe. Jo, steige auf, du Wichser, lass mich alleine. Du hast keine Freunde. Ja, dafür mach ich Kills. Kills, äh, in der Ende. Jawoll, grad übelst viele Kills gemacht. Noch 20, 13. Sauber. Davon ist noch mal einer. Das hab ich. 2 zu 1. Wow. Nein, oh, es ist ja wieder tot. Direkt vor meiner Nase weggekillt. Oh, mein Liebingsator. Boah, Heli. Boah, halt, halt, warte. Bin drin. Ne, doch nicht. Jetzt. Endlich. Die ist so geil. Die ist so geil. Die ist so geil. Nein, nein, nein. Komm, 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 komm. Geh mir in den Heli. Geh mir in den Heli. Welchen Heli? Also. Den dort hinten, Mann. Boah. Nein, der Typ ist vor mir da. Nein, der ist nicht dort. Der kapiert nicht. Nein, oh, ich bin tot. Okay, ich bin auch dann kapiert. Entschuldigung. Der Wichser. Was? Oh, ich bin noch drin. Ist dein Heli tot? Ja, hast du zuerst gesehen, wie aus ich getötet wurde, oder? Oh. Ja, ich habe den Heli gesehen. Ich habe nur noch gesehen, wie der Heli dann hochgeflogen ist. Ist er gar nicht. Wie das behindert jetzt gerade aussieht. Der Mensch ist irgendwie gelaufen. Wo zum Teufel bist du? Komm schon, Mann. Ey, da, voll viele Gegner, Alter. Komm. Boah, eh, und dann werde ich von einem Sniper erwischt. Oh. Nein. Och, Mann. Techlight. Nicht. Ich flame jetzt nicht. Ich habe übrigens schon lange nicht mehr geflamed. Oh, 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 was hast du mir vorhin gesagt? Ja, doch, okay. Ich muss zugeben, eigentlich schon so ein bisschen und so. Wo bist du? Du bist schon wieder tot. Ja, ich bin bei dir gespawnt, du Wichser. Nein. Was bist denn du für einer? Was bist denn du für einer, Mann? Bist du nur tot? Ey. Muss mal besser werden. Du Kack-Noob. Ich, ich habe eine Ausrede. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Ich hole dich ab mit dem Auto. Hier ist noch irgendwo einer. Ja, da ist einer. Nein, 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 nein. Nein. Oh, Mann, nein. Zack. Scheiße. Ich habe noch irgendetwas überfahren. Übrigens bin ich gerade mit meinem Großeltern, Tante, Onkel und so weiter essen gewesen. Deswegen, ich habe auch zwei Bier getrunken und deswegen bin ich auch so schlecht. Ja. Ja. Walter Seufer. Er trinkt Bier. Schäm dich was. Einen Liter Pils. Mach mit es mal nach. Ne, krasser. Krass, krass, Mann. Ne, das war so geil. Ich weiß nicht mehr, wie der Typ hieß. Aber der hat so angegeben, dass er fünf Mixery in einer Stunde getrunken hat, weiß. Und dann so, meinte er, so stark angetrunken, gell. War so voll stolz, gell, dass er mal weg war und so ein bisschen Alkohol getrunken hat, weiß, so richtig geil, gell. Hat er so gedacht, er wäre es voll. Das war richtig früh. Boah, und dann wir mal wieder. Tötet die nicht mich. Nimm die nicht mich. So, endlich. Boah, wie viele kommen denn hier. Boah, boah, schon wieder eine Gradarte. Wie heftig ist das denn? Boah, heftig. 21.17 jetzt. Boah, krass. Ich nehme jetzt, ich... Lebst du noch? Nein! Oh Mann, jetzt ist rum. Oh Mann. Ey, ohne Witz, du glaubst es nicht, aber ich darf jetzt keine Videos mehr machen, die länger sind als 15 Minuten. Das weißt du noch gar nicht. Wieso? Weiß ich nicht. Von jetzt auf gleich. Hör, das Video wurde abgelehnt, so lang. Du darfst nur noch Videos bis 15 Minuten machen. Toll. Ja, war cool. Hey, cool, ich bin schon wieder Level ab. Ich bin jetzt Level 44 oder so. Jetzt solltest du die Usas haben, nicht? Die habe ich schon seit normaler, aber ich habe die noch nie benutzt. Ja, wieso gehen wir da nicht zusammen auf ein Team Def? Def-Match-Server? Weil ich kein Usas nur bin, so wie du, ey. Ja, jetzt sowieso nicht mehr, jetzt lohnt es sich nicht mehr. Welche Level bist du eigentlich? Ähm, 51. Du Penner. Da gibt's, da gibt's ja diese Quester, ich fliegt das, gell? Naja. Das hat man als erst ganz anders gelesen. Warte, wir gehen jetzt mal raus und suchen uns einen Team Def-Match-Server auf Nasha-Kennis und bis gleich. So, das war schon wieder eine Sekunde später und wir sind in einem Team Def-Match-Server noch Nasha-Kennis, ich glaub 60 oder 64 Spieler irgendwie sowas. Das war nicht meine Idee. Mumphat gemeint, ich würd mich aufregen, aber hallo, ich reg mich da nicht auf. Ich hab schon 2-Kenns, wah-ha-ha-ha-ha-ha. Ihr kennt mich doch. Boah, ich kann ja nicht spielen. Nein, ich bin wieder tot. Ja, ich hab jetzt, äh... Wo bin ich mein Name überhaupt? Hallo, der Fock. Boah, ich bin ganz unten. 4 zu 2 ist okay. Ich werd nicht sowas von ownen. Nicht ownen. Nein, ich bin wieder tot. Ich bin wieder tot. Ich hab jetzt 5 zu 3, aber ich achte jetzt mal nicht auf die KD. Mal gucken, ob ich's hinkrieg. Boah ey, Alter, so kann man ja nicht spielen. So kacke. Mag ich nicht. Wieso? So schlecht find ich das jetzt gar nicht. Das ist viel zu... Ossmann stirbt viel zu schnell, man. Man, ey. Ah, das ist ein Freund. Ja, Claymore, Wexer, verpiss dich. Da auch 12 Wexer, verpiss dich. Ey, Alter, wie viel Gegner. Wenn ich mal gescheit reagieren würde, dann wär das überhaupt kein Problem, die alle zu ownen, man. Ja, ja, ja. Würde, hätte... Ah ne, Skopra Rotpunkt, wie sie will ich nicht. Will die... Obwohl doch, nehm ich jetzt mal. Ach ja, ähm, hier ist dann das... Ist der Schalldämpfer dein... Lebensversicherer, nur dass du es weißt. Als Tipp von mir. Also siehst du ja wie alle... Ich hab' ihn, ich bin tot. Boah, krass. Ich hab' noch keinen Schalldämpfer für die Waffe. Nein, oh, jetzt ist der Server rum. Och, Mann. Hey, foch. So, jetzt nehmts mich wunder. Wer hat hier wen geungt? Ohhhh. Wichser. In your face, bitch. Ich find's cool, dass man... Aber das Einzige, was ich nach dem Patch noch gut finde, dass man den eigenen Ping noch sehen kann. Das, das find ich auch gut. Das hab' ich heute. Mhm. Ähm. Wir machen jetzt einen kleinen Schnitz, die... 30 Sekunden da, und man sieht sich dann gleich im nächsten... In der nächsten Runde Team Deathmatch auf Norsha Candles. Bis gleich. Bis gleich. Und, da sind wir auch schon wieder zurück, bei Battlefield. Hier bei dem... Focal Fee hat wieder böse Sachen gesagt. Ach was, Gino Waltz ist doch nicht böse. Süßer Teufel. Ha. Geowned, bitch. Bitch. Man spawnt und neben einem Spawn auch Gegner. Boah, ich dachte, das ist ein Gegner. Und dann gemessert. Los. Ha. Oh, komm, 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 komm. Oh, nein. Der fern hat ihn... Oh, 28 Prozent. Ah, wir schützen mich. So, komm, jetzt streng ich mich noch mal an. Oh, ha, ha. Drei Leute in der Hand hintereinander getötet. Die hibscheste Ort betreutete. Oh, scheißdreck. Das ist ein blöder Server. Hät mir auch gleich sagen können. Oh. Hä, was dagegen hin? Was ist das so schnell? Verdammt. Und, sagst du nichts mehr, oder was? Die Runde ist doch behindert. Ich nehme jetzt Usas, so. Bums. Ne, ohne Witz. Das kann einfach nicht angehen. Wenn die alle nuben, nubi ich auch, so. Das ist mir jetzt scheißegal. Das ist nur auf dem Server, so. So ist das halt einfach... Boah. Geh, für 30. Was ist denn toll, wie ist das? Kommt das auf? Hä? Alter, was ist denn eine G-T30? Alter Falter! Ey. Nein, die Runde ist behindert. Holen wir uns gleich eine andere. Nehm, wir müssen in Team Deathmatch noch schockern uns mit weniger Leuten drauf. Oh, und ich versah den Kill noch. Oh, zum Glück hab ich nicht die auf. Ne, ein kleiner Schnitt bis gleich. Ne, ein kleiner Schnitt bis gleich. Das ist wirklich cool.